Oh, Kleines, ich hab da unten ein Problem. Ich brauch ein Bleichmittel, ein paar Eisstiele und mehrere Schachteln Streichhölz. Oh, Kelly, was für eine zauberhafte Überraschung. Hallo, Big Daddy, wie geht's? Gut, jetzt, wo ich sie sehe, ne Tasse braune Schokolade versüßt meinen Tag doch sehr. Also, dieses erotische Knistern hier macht mich ganz schön nervös.